Du hast schon lange vor, etwas für dich und für deine körperliche und mentale Gesundheit zu tun, aber du hast keine Lust auf Sport? Du bist nämlich nicht unbedingt die beweglichste oder sportlichste Person auf diesem Planeten? Dann bist du hier bei mir genau richtig! Mein Name ist Britta Teutsch und hier auf diesem Kanal gibt es Tipps, Videos und Hintergrundwissen für Yoga-Anfänger und für Yogis, die ihr Yoga-Wissen vertiefen wollen. Ich selber mag Sport auch nicht so besonders gerne und als ich dann vor zwölf Jahren auf den Yoga stieß, da war das für mich eine Erleuchtung, denn ich dachte, wie genial ist das bitte? Ja, es gibt immer so ein bisschen Anstrengung, aber nach jeder Anstrengung kann ich erst mal wieder hinlegen und ausruhen. Und diese Entspannung, diesen Unterschied von Anspannung und Entspannung, das ist wie Salz-Karmel. Und wenn du sagst, ja, genau so etwas möchte ich, ich möchte ein Körpergefühl wie Salz-Karmel, dann bist du hier bei mir genau richtig, dann abonniere meinen Kanal und verpasse keines meiner wertvollen Yoga-Videos mehr. Und dann sehen wir uns jeden Donnerstag mit einer neuen Folge wieder.